Okay, also worum es heute nicht geht, das ist die Ermittlung der imperialistischen Ziele der Kriegsparteien, der weltpolitischen Konstellation, der weltpolitischen Bedeutung des Ukraine-Kriegs. Was dazu zu sagen ist, ist bei uns im Lauf von einem Jahr schriftlicher Produktion ziemlich umfassend aufgeschrieben. Also wer diese Gründe, warum Russland, warum die Ukraine, was die Ukraine erreichen will, was der Westen durch die Unterstützung der Ukraine erreichen will. Also wenn jemand sich in der Richtung informieren will oder sich erklären will, was er an diesem Krieg vor sich hat, dazu gibt es genug Schriftliches. Heute geht es mal um was anderes. Heute soll es an diesem Krieg, und insofern ist er auch nur ein Beispiel, es gibt ja auch noch andere, soll es an diesem Krieg um das Verhältnis von Staat und Volk, näher um das Verhältnis von Staat und Mensch im Krieg gehen. Ein Verhältnis, das auch fundamentale Auskünfte enthält über das Verhältnis von Staat und Mensch außerhalb vom Krieg. Und zweitens soll es gehen um die verkehrte Weise wie hier und nicht nur hier, sondern überall über den Krieg, diesen Krieg und andere Kriege nachgedacht wird. Klar, dass jeder Mensch sich zu diesem alle Normalität und alle Lebenssicherheit umstürzenden Ereigniskrieg eine Meinung bildet, das versteht sich, das ist eine Sache. Was für Meinungen sich da gebildet werden, das ist aber, jetzt sagen wir mal, unter aller Kanone. Und dazu soll jetzt auch geredet werden. Ich fange mal an, noch, ehe ich auf besondere Argumente eingehe, die ganz am Schluss kommen sollen. Ich fange mal an mit dem ersten Gedanken, der Krieg ist eine Riesenherausforderung an Jedermann. Und zwar deswegen, weil er und in ihm alles umgestürzt wird, was sonst gilt. Du sollst nicht töten. Ja, Bibel. Aber was heißt schon Bibel? Das bürgerliche Gesetzbuch kennt kein schlimmeres Verbrechen als das Töten anderer Menschen. Im zivilen Leben 100% verboten, im Krieg geboten. Ein Auftrag. Das Leben selber unter zivilen Verhältnissen ein Schutzobjekt der öffentlichen Gewalt. Im Grundgesetz, Schutz des Lebens, einer der allerhöchsten Werte, reicht sogar bis vor die Geburt und nach dem Koma. Im Krieg wird der Wert ersetzt durch die Pflicht, das Leben für den Staat hinzugeben. Und das in Ausmaßen, die einfach ungeheuerlich sind. 100.000 Tode auf beiden Seiten ist wahrscheinlich eine weit daneben liegende niedrige Schätzung. 100.000 Tode, muss man sich mal vorstellen. Die Monstrosität der Sache provoziert sofort das Bedürfnis der Rechtfertigung. Weil es so furchtbar ist, braucht der Krieg eine gute Rechtfertigung. Und eigentlich möchte man sagen, eigentlich ist damit schon alles gesagt. Was ganz furchtbares Rechtfertigen soll man lieber lassen. Dem furchtbaren, dann doch irgendeinen guten Sinn, irgendeine höhere Zweckmäßigkeit attestieren wollen, danach zu suchen und derlei auch irgendwie zu finden. Ist von vornherein verkehrt, da muss man erst die Sache für sich stehen lassen. Man kann nach ihren Gründen suchen, aber nach ihren guten Gründen fragen. Akzeptiert das Furchtbare ja schon, noch immer überhaupt irgendwas drüber, sonst drüber in Erfahrung gebracht hat. Und man weiß doch, wie das mit den Rechtfertigungen ausschaut. Wie, fast möchte man sagen, automatisch, wenn Krieg ist, die Frage aufkommt, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Wer hat ein Recht zu tun, was er tut? Und auf welcher Seite ist das, was sie tun, Unrecht? Diese Frage, wer ist im Recht, wer darf das, was er macht, wer darf das nicht, was er macht, ist noch vor jeder Antwort, noch vor jeder, man weiß dann ja auch, parteiischen Antwort, die sich auf eine Seite schlägt. Noch vor jeder solcher Antwort ist die Frage ein Riesenfehler. Wer darf das, wer darf da was und überhaupt dürfen die das? Ein Riesenfehler. Warum? Weil die dürfen das. Da muss ich das mal klar machen. Krieg ist eine Gewaltauseinandersetzung zwischen höchsten Gewalten. Die fragen nicht, ob sie dürfen. Wen sollten sie noch fragen? Wer ist denn über ihnen? Höchste Gewalten kennen nichts Höheres als sich und ihren Egoismus. Auch das berühmte Völkerrecht ist in Wahrheit nicht über den Staaten, sondern eine Vereinbarung zwischen den Staaten, das so lange gilt, solange die darin einwilligenden Parteien Lust haben, Vereinbarungen zu respektieren. Es gibt eben zwischen den höchsten Gewalten auf dem Globus kein Verhältnis, wie es es im Innern des Staates gibt, dass nämlich über den Leuten, die dem Recht gehorchen müssen, eine Gewalt sitzt, die dafür sorgt, dass sie dem gehorchen. Und nur dadurch ist Recht überhaupt eine Sache, die das Wort rechtfertigt. Nur dadurch ist Recht überhaupt irgendetwas, das sei Geltung durch eine Gewalt, die über den Parteien steht, durchgesetzt wird und eben, wer gegen das Recht verstößt, die Gewalt des Staates zu spüren kriegt. Zwischen den Staaten gibt es dergleichen nicht, also gibt es kein Dürfen und auch kein Nichtdürfen. Im Gegenteil, die Staatsgewalten sind ja gerade untereinander damit beschäftigt, die im Krieg engagierten Staatsgewalten sind ja gerade untereinander damit beschäftigt, herauszukämpfen, wer sich gegen welche Seite, sich gegen welche andere Seite was rausnehmen darf und welche sich was gefallen lassen muss. Recht ist das Ergebnis des Krieges. Wenn es dann einen Friedensvertrag gibt, dann gibt es wieder, dann setzen sie Recht. Aber was ist das Recht, das sie setzen? Die Festschreibung der Gewaltverhältnisse, die sie kriegerisch ausgekämpft haben. Also, die dürfen das. Und zu fragen, ob die das dürfen, ist eine fiktive Stellung, die so tut, als ob irgendetwas über diesen Gewalten stünde. Letzten Endes der Frager selber, quasi als Laienrichter über die Weltmächte, der selber entscheiden will, ob die und wer von denen was darf. lächerlich die Frage des Rechts zu stellen gegenüber den blutigen Auseinandersetzungen und nicht die Frage des, warum machen die das und was sind das dann für welche, wenn die das machen. Letzteres wäre die rationelle Frage. Gehen wir mal rein in die Abteilung der offiziellen Rechtfertigungen. Also, der Rechtfertigungen, die die Staaten selber über ihr Tun in Umlauf bringen. Da ist es interessant zu sehen, dass die überhaupt nichts rechtfertigen. Man kann auch sagen, sie rechtfertigen, aber womit rechtfertigen sie? Ihr Tun. Schlechterdings mit der Benennung des Zwecks, den sie verfolgen. Das muss man sich mal vorstellen, das kann er andere nicht machen. Wenn jemand, sagen wir mal, einen Apfel stiehlt und der Verkäufer sagt, was machst du da? Dann muss der Mensch sich entschuldigen und irgendwie sagen, er hat Hunger oder irgendwie halt einen anderen Grund, als dass er jetzt gerade den Apfel nehmen wollte, benennen. Staaten sagen einfach den Zweck hin, den sie verfolgen und es ist die Rechtfertigung. Also, Russland sagt, es verteidigt seine Sicherheitsinteressen, die eine Ukraine, die der NATO beitritt und sich als Frontstaat der NATO gegen Russland aufbaut oder aufbauen lässt, mal egal, Russland verteidigt seine Sicherheitsinteressen gegen diese Entwicklung der Ukraine. Die Ukraine sagt, sie verteidigt, ja was? Zelensky sagt es richtig ausdrücklich, die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Man merkt es, das können die sagen und es geht als Rechtfertigung durch. Also dann sagt niemand nur, und warum soll man die Souveränität wollen? Wen geht es was an, ob die Ukraine souverän ist? Nein, das Benennen ist die Rechtfertigung. Darüber hinaus kommt nichts. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch eine Riesenauskunft. Bleiben wir mal bei der Ukraine, denn über die Russen weiß, wissen ja alle alles Schlechte schon. Sie verteidigt territoriale Integrität und Souveränität ihres Staates. Das wird auch dann direkt ausgedrückt als von Zelensky so die Reden. Wir hören nicht auf zu kämpfen, bis die Russen den letzten Quadratmeter ukrainischen Bodens verlassen haben, einschließlich der Krim. Naja, da hat man doch mal eine Auskunft. Wofür wird der Krieg geführt? Für die Reichweite der Macht der Regierung in Kiew, die beansprucht, dass zur Reichweite ihrer Macht eben auch Sevastopol und Donetsk gehört. Dafür wird getötet und gestorben. Muss ich das mal klar machen, so einfach ist es. Es ist wirklich nichts anderes. Für einen Staat ist es natürlich das Allerwichtigste. Die Souveränität nach außen, also jeden anderen Machtanspruch, eines anderen Gewaltsubjekts von den eigenen Grenzen fernzuhalten ist die Bedingung der Souveränität nach innen. Ein Staat ist nur ein Staat, wenn er die einzige Gewalt auf seinem Territorium ist. Wenn er fremde Gewalt fernhält, nur dann hat er die Gewalt über seine Gesellschaft auch inne. verteidigt wird die politische Herrschaft der Kiever Regierung über die Menschen auf dem Territorium der Ukraine. Es ist Herrschaft das Objekt, das verteidigt wird. Und dabei ist vielleicht noch eins auffällig. Verteidigt wird die Reichweite der Macht. Wie weit die zu reichen hat, bestimmt die Souveränität selber. Es gehört zur Souveränität selber dazu, Souveränität eines Staates dazu, dass er die Reichweite seiner Souveränität selber definiert. Also, was die Ukraine betrifft, die fragt ihre Bürger ja nicht, ob ihnen der Besitz der Krim ihr Leben wert ist. Ob sie Lust haben zu sterben, damit die Krim bei der Ukraine bleibt. Sie fragt auch nicht, ob die Bewohner der Krim oder die Bewohner des Donbass lieber Russen oder lieber Ukrainer sein wollen. Das ist ihre Definition der Reichweite ihrer Macht, die sie beansprucht. Dasselbe gilt natürlich für Russland. Auch Russland definiert, wie weit seine Macht von fremden Mächten Mächten respektiert gehört. Und dazu gehört, bei Russland ist es nicht die Verteidigung der Landesgrenzen, das bisher jedenfalls nicht. Bei Russland ist es die Verteidigung einer Weltmachtrolle, die sich eine bedrohliche NATO-Ukraine an den eigenen Grenzen nicht bieten lässt. Habe ich vorhin schon gesagt. Auch der Inhalt, der gilt auch umgekehrt für die Ukraine wiederum. Zur Selbstdefinition der Reichweite und des Inhalts der eigenen Macht gehört bei der Ukraine, dass sie nicht bloß eben sagt, die Krim gehört mir und der Donbass gehört zu mir, sondern sie sagt auch, den Inhalt der Souveränität lässt sie sich von niemandem vorschreiben, schon gleich nicht von den Russen. Also die Forderung Russlands sei ein kooperativer Nachbar, sei ein, die Russen sagen, nahes Ausland, das seine Angewiesenheit auf das große Russland anerkennt, kooperativ ist und sich auf jeden Fall nicht zum Frontstaat eines feindlichen Lagers machen lässt. Fällt der Ukraine nicht ein, nein, zur Definition der eigenen Souveränität gehört, höflich gesprochen, die Wahl der Bündnissysteme, zu denen man sich zurechnen will, weniger höflich gesprochen, die Freiheit zur Feindschaft gegen den großen Nachbarn. Und das ist schon mal der ganze erste Punkt, die Rechtfertigung des Krieges, die die Subjekte des Krieges abliefern. Diese Rechtfertigungen fallen einfach mit der Benennung des Kriegszwecks zusammen und und das ist immer die Souveränität meiner Macht und die Reichweite meiner Macht, deren Reichweite ich selber definiere. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt in dem Zusammenhang, also in dem Zusammenhang die offiziellen, die Staaten, von den Staaten her gedacht. der zweite Punkt ist, die Souveränität der Herrschaft über das Volk zu erhalten, zu verteidigen, ist nicht nur der erste Zweck. In jedem Krieg, alle näheren Kriegsgründe müssen uns jetzt mal nicht interessieren, die Verteidigung der Herrschaft übers Volk ist der erste Zweck. Und dabei ist die Herrschaft über das Volk auch das erste Mittel. Dass ein Staat über sein Volk kommandiert, dass er das im Griff hat, dass die Leute gehorchen, ist die Basis aller Verteidigung im Krieg. Die intakte Herrschaft ist die Grundlage der Macht, die ein Staat nach außen entfaltet. Er ist es, der Bürger rekrutiert, trainiert, bewaffnet und sie dann gegen den Feind an die Front abkommandiert. Auch das ist wichtig. Das ist nichts, was ein Staat dem Gutdünken seiner Bürger überlässt. Es ist Gewalt, die hier regiert. Deutlich wird es, sobald irgendein Ukrainer, immer dasselbe gilt immer für die Russen genauso, bloß, mit niemand denkt, bloß über die Russen weiß man es ja. Wenn ein Ukrainer der Meinung ist, sein Leben ist ihm wichtiger als die Reichweite der Macht der Kiewer Regierung. Wenn einer sein Leben retten will vor dem Krieg, dann wird er an den Grenzen abgefangen. Wer wirklich desertiert, wird eingesperrt, wenn nicht Schlimmeres. Die Teilnahme am Krieg ist keine Frage der Freiwilligkeit, auch wenn es Freiwillige gibt. Der Krieg selber macht sich, oder der Staat, der den Krieg führt, macht sich nicht abhängig von der Freiwilligkeit der Bürger, die er zum Töten und Sterben braucht und schickt. Dann aber ist auch klar, die Menschen, die dann sich hinstellen und den Kopf hinhalten für die Souveränität ihres Staates. Verteidigen nicht sich. Wie schnell ist man dabei, die Ukrainer verteidigen sich. Von wegen, die verteidigen nicht sich, die verteidigen die Macht der Regierung, der sie gehorchen. Sie, ihr Leben, all ihre Lebensmittel, ihr Familie, ihre Häuser, alles das Material, das zum Einsatz kommt, riskiert, zur Not geopfert wird, damit die staatliche Souveränität überlebt oder siegt. Also dieses, wir kennen das von unserer Frau Baerbock, diese Moralisierung der Politik, speziell der Außenpolitik, das ist, ja, das hat was Unerträgliches. Die Frau Baerbock sagt nie Ukraine, ohne die ukrainischen Menschen zu sagen. Jetzt möchte ich mal darauf drücken, die Ukraine ist nicht die ukrainischen Menschen, ganz im Gegenteil. Ukraine ist der größte Gegensatz gegen ukrainische Menschen und das Leben von ukrainischen Menschen. Ukraine als das ist überhaupt dieses Verhältnis einer sortierten Welt, in der die einen die Kommandeure im Krieg und die Kommandeure auf den Regierungsbänken sind, die die anderen zur Verteidigung ihrer Macht abkommandieren. Insofern macht der Staat im Krieg zu seiner Verteidigung, zur Verteidigung seiner Macht Ansprüche seine Menschen zum Instrument von seinem Überleben oder von seinem Erfolg. in dem er sie der Gewalt des Feindes aussitzt. Er manövriert die Gesellschaft in den Konflikt mit dem Feind, beschert seinen Bürgern die Lebensbedrohung, entweder den Uniformierten an der Front oder den Zivilisten in den Städten und Wohngebieten. Insofern, er reduziert seine Menschen, die Menschen unter seiner Obrigkeit, reduziert er auf ihre Nationalität. Sie sind nur noch für ihn nur noch Elemente und Repräsentanten seiner Staatlichkeit. Denk mal, am schlimmsten ist es beim Soldaten selber. Der Mensch wird in den unpersönlichsten Gegensatz geschickt, den man sich denken kann. Er wird in eine lebensbedrohliche Konfrontation mit anderen Menschen befehligt, die er nicht kennt, gegen die er als Menschen nichts hat, denen er genau als das gegenüber tritt, was er selber ist, nichts als Repräsentant seiner Nationalität. Und in dieser Rolle ist er für den anderen lebensgefährlich und der andere lebensgefährlich für ihn. Die Zivilisten, ja, die Zivilisten, wenn man dann immer die Zivilisten aus, sind irgendwelche Dörfler ausgebombt und da stehen sie vor ihren brennenden Häusern und der Fernsehjournalist kommt und da sagen die, ich habe doch keinem was gemacht, ich bin doch hier bloß, wir wollten doch bloß und so weiter und so weiter. Ja, mal zu sehen, ich bin hier als Repräsentant der Ukraine angegriffen. Das mal das Politische zu sehen, in dem er da steht und dann ein Urteil fällen. Ja, es ist mir auch recht, denn ich will ja, dass die Ukraine siegt. Schaut ganz anders aus, als wenn man einfach ein wenig rum greint und sagt, ich habe doch keinem was getan. Natürlich haben die Menschen keinem was getan. Sie sind für ihren eigenen Staat und für den Fremden nichts als Repräsentanten ukrainischer Macht und menschliche Basis dessen, was die Ukraine als Staat vermag. Und als das geraten sie ins Feuer der anderen Seite. Also erstes Resümee. nie ist der Gegensatz von Staat und Mensch so offensichtlich und so brutal wie im Krieg. Allerdings zeigt es ein fundamentaleres Verhältnis, das nicht nur für den Krieg gilt. Die politische Herrschaft über die Bevölkerungen hat schon ganz praktisch den Standpunkt, der Mensch ist für den Staat da und nicht der Staat für den Menschen. Das war der erste Streich. Doch der zweite kommt zugleich. Es war jetzt hergedacht von der Staat und seine Souveränität und die Rolle der Menschen da drin. Resümee der größte denkbare Gegensatz zwischen Staat und Mensch. Zugleich und das ist jetzt die hundertprozentige Kehrtwendung zugleich wird nie so unbedingt darauf bestanden, dass Staat und Mensch ein und dasselbe sind. untrennbare Einheit bilden wie im Krieg. Da kommt dann die Fundamentalrechtfertigung auch im Krieg daher. Also wenn man so will, auch das zweite Argument, das alle Staaten können. Wenn das erste Argument heißt, wir verteidigen unsere Souveränität, dann heißt das zweite Argument, wir verteidigen unsere Menschen. Er kennt es, gerade wieder diese Frau Baerbock, die schicken den Ukrainern neue Raketen, die Raketen können weiß ich 400 Kilometer, 300 Kilometer weit hinter die Frontlinien schießen und die Baerbock sagt dazu, das schützt ukrainisches Leben. Das ukrainische Leben findet ganz woanders statt, aber es ist völlig wurscht. Die Gleichung von das schützt den ukrainischen Staat, das stärkt ihn in seinem Krieg gegen den Feind, ist einfach dasselbe wie das schützt Menschen. Die erobern irgendeine Trümmerwüste zurück, sagen wir in Mariupol oder in Bachmut, wo kein Mensch mehr leben kann und kein Mensch mehr lebt. Das befreit ukrainische Menschen. Die Gleichung von jeder Erfolg des Staats ist Erfolg für die Menschen. Das ist unausrottbar, obwohl nichts dran ist. Die Wahrheit vom Schutz wenn der Staat seine Souveränität schützt, schützt er die Menschen. Die Wahrheit vom Schutz besteht darin, dass der Staat ein eifersüchtiger Herr ist. Jeden Zugriff und Übergriff einer fremden Gewalt auf seine Bevölkerung betrachtet er wie einen Übergriff auf sein Territorium als Angriff auf seine Souveränität. Diese Leute gehören ihm und wenn der Feind meint, er kann sie eingemeinden, sagen wir mal wie Russland mit diesen Ostprovinzen da, oder wenn gar der Feind oder Feinde das Leben von Zivilisten im eigenen Land attackieren, dann kann der Staat das nicht dulden, weil es ein Angriff auf seine Souveränität ist. Und was macht er dann? Dann verteidigt er, aber nicht das Leben der Menschen, sondern seine Souveränität verteidigt er dann. Und zwar mit dem Leben der Menschen. Das Irre ist, dass diese zynische und unwahre Ineinsetzung von Mensch und Staatsgewalt auf der im Krieg so bestanden wird, die keine Wahrheit ist, dass die sich auf ironische Weise in der Kriegssituation sozusagen bestätigt. Der politische Gegensatz des einen Staats gegen den anderen setzt die eigene Bevölkerung der Bedrohung durch die Waffen des Gegners aus. Ja, die Menschen sind in Lebensgefahr, weil Krieg ist. Die Kriegssituation selber jetzt, in der stehend, wird dann tatsächlich das bedrohte Leben dadurch geschützt, dass die eigenen Truppen Erfolg haben. Jetzt kommt eine ganz absurde Identifikation zustande. Ja, wenn unsere Truppen Erfolg haben, dann, dann, und wir den Feind, sagen wir mal, ein paar hundert Kilometer zurückdrängen, dann reichen seine Raketen oder seine Drohnen nicht mehr bis in unsere Wohngebiete. Für den Soldaten selber gilt es selber auf noch viel brutalere Weise. Er wird in die Konfrontation mit dem Feind geschickt. Das bedroht sein Leben oder diese Konfrontation bedroht sein Leben. Dann ist wirklich, dass er schneller schießt als die andere Seite, als der Soldat auf der anderen Seite. Dann ist, dass er schneller schießt wirklich die Rettung seines Lebens. Jetzt wird er, die Kriegssituation identifiziert ihn, mit dem Waffenerfolg seiner Seite und auch eigentlich identifiziert sein Leben mit seinem Dienst an seinem Staat. Indem er schneller schießt als die anderen, rettet er sein Leben und erfüllt genau den Auftrag, für den er da ist. Er soll den Feind klein machen. Jetzt bin ich eigentlich fertig. Ich habe über den Segen der Souveränität geredet und die Rolle, die der Mensch für den Staat im Krieg spielt und damit überhaupt ein bisschen das Verhältnis von Staat und Mensch charakterisiert. Ich habe jetzt noch nicht geredet über die verbreiteten gängigen Argumente, die sich so automatisch einstellen, wenn Krieg ist und die sich in Deutschland natürlich einstellen, weil Deutschland in dem Krieg Partei ergreift und auf der Seite der Ukraine nicht bloß die Daumen drückt, sondern immerzu neue Waffen und neue Milliarden liefert. Da gibt es noch einiges zu sagen dazu, aber erst mal so weit bis hierher. Ich habe jetzt gesagt, wie ich das sehe, wenn es Nachfragen gibt, sei es Widerspruch, dass es andere anders sehen. Lasst hören, vielleicht kommen wir auf die Weise gleich in diese rechtfertigenden Argumentationen rein, vielleicht auch nicht, dann egal, dann komme ich später einfach so drauf zurück. wenn es sich nichts tut, kann ich ja bloß Und versuchen, weiterzumachen. Also am Ukraine-Krieg ist so deutlich. Da ist das Wort, ist ja auch in diesem Werbetext vorgekommen, da ist das Wort Angriffskrieg. Ja, der Krieg Russlands wird nie anders als Angriffskrieg bezeichnen. Und damit ist eigentlich schon alles erledigt. Die greifen an, also sind sie im Unrecht. Die Ukraine verteidigt bloß, also ist sie im Recht. Also hat sie alles Rechtes zu tun, was sie tut. Man merkt hier, die Frage, dürfen die das, ist eindeutig entschieden. Russland darf nicht, denn es ist der Angreifer. Ukraine darf, denn es ist der Verteidiger. Und die Frage, auf welcher Ebene man da überhaupt argumentiert, auf der Ebene der blutigen Auseinandersetzung von höchsten Gewalten, die ihre Leute als Instrumente ihrer Macht verheizen. Das ist alles, hat man alles hinter sich. Oder auf das hat man zu keinem Augenblick geblickt, weil man sich schon einmischt in den, geistig einmischt in den Krieg, wie in einem Fußballspiel. Wer gewinnt, wer verliert, wer gewinnt zu Recht, wer verliert zu Recht. Man beurteilt überhaupt nicht die Sache, um die es geht. Eine Auseinandersetzung von höchsten Gewalten um ihre Macht über den anderen. Sondern man hält das für eine Sache, die in Ordnung geht, wenn man oder wenn der Staat, über den wir nachdenken, auf der richtigen Seite der moralischen Alternative operiert. Der Angreifer ist im Unrecht, der Verteidiger ist im Recht. Es ist diese kindische Frage, wer hat angefangen? Wer hat denn angefangen? Naja, und in diesem Krieg ist es irgendwie eindeutig, die Russen haben angefangen, sie sind schließlich einmarschiert in das Nachbarland. Man tut hier so, als hätte man ein irgendwie zuverlässiges Kriterium. Ein Kriterium, mit dem sich die Parteinahme verantwortlich begründen lässt. Ja, ich schaue hin und stelle fest, die Russen haben angefangen, also sind sie im Unrecht, die anderen sind im Recht. Dann ist es auch in Ordnung, wenn wir auf der Seite der Ukraine sind und die Ukraine mit Waffen unterstützen und dafür sorgen, dass der Krieg bloß nicht aufhört. Die Frage, wer hat angefangen, tut so, als hätte man ein Kriterium für eine begründete Parteilichkeit. Stimmt aber gar nicht. Denn die Frage, wer hat angefangen, beantworten alle Kriegsparteien verschieden. Die Ukraine sagt, die Russen haben angefangen, denn sie sind am, ich weiß nicht, 23. Februar oder am Tag früher, eben über die Grenze gegangen, über die Grenze der Ukraine marschiert. Die Russen setzen den Anfang der Feindseligkeiten anders an. Mit der NATO-Osterweiterung schon in den späten 90ern. Mit dem sogenannten Putsch auf dem Maitan, wo eine legitime Regierung, sagen die Russen, weggeputscht worden ist von einem Massenaufstand. Mit der Bewaffnung der Ukraine durch die USA und die Briten. Da merkt man was. Der Gedanke, wer hat angefangen, löst einen Interessensgegensatz zwischen zwei Staaten auf. Und den gibt es halt, ja. Den Interessensgegensatz zwischen zwei Staaten löst diese Frage, wer hat angefangen, auf. In die Vorstellung eines harmlosen Friedens, den irgendwann eine der beiden Seiten unterbricht. Und durch das Gegenteil, nämlich durch Feindseligkeit, ersetzt. Diese Vorstellung sucht sich einen Zeitpunkt, wo eben dieser Stellungswechsel aus einem harmlosen Frieden in einen bösen Krieg, in einen bösen Gegensatz passiert sein soll. Je nachdem, welcher Seite man Recht geben will, geht man jetzt also in der Vorgeschichte des kriegerischen Ereignisses zurück und sucht einen Akt, den man als ersten Akt auffassen kann. Wer die andere Seite beschuldigen will, geht einfach noch ein bisschen weiter zurück und findet dann einen Akt der anderen Seite, den er als Anfang setzen kann. Oder er geht nicht so weit zurück. Nichts ist billiger als die Frage, wer hat angefangen, sich vorzunehmen und die nach Gusto zu beantworten. Denn ein Konflikt zwischen zwei Staaten hat immer eine Vorgeschichte und er hat immer Aktionen der einen und der anderen Seite. Und es ist keine Kunst, eben selber irgendeinen Punkt zu nehmen und zu sagen, da hat es angefangen und das war der Russe. Der Russe kann mit demselben Recht sagen, da hat es angefangen, das waren die anderen. Ja, wir wollen ja nicht vom Gaza-Krieg reden, aber beim Gaza-Krieg ist es so, da ist einfach der feste Beschluss in Deutschland absolut feststehend, dass niemand hinter denen, jetzt weiß ich wieder das Datum nicht, irgendwas 7. Oktober oder so, zurückgehen darf. Am 7. Oktober haben diese Hamas-Leute den Überfall auf diese Grenzdörfer in Israel gestattet und diese vielen Leute umgebracht. Und sogar der Generalsekretär der UNO, wenn der sagt, der Angriff hat nicht, oder der Terrorakt, ist mal wurscht, hat nicht im luftleeren Raum stattgefunden, kriegt er in Deutschland schon den Antisemitismus-Vorwurf. Wer überhaupt an dieser Stelle nicht diesen Anfang als allerersten Anfang aller Feindseligkeiten gelten lässt, sondern überhaupt einen Kontext benennt, in dem, der halt übrigens schon jetzt seit 1948 geht, der Kontext, in dem solche Feindseligkeiten passieren, wer den Kontext überhaupt benennt, kriegt den Vorwurf der Kontextualisierung. Ja, und es ist der Vorwurf, du relativierst die Schuld, die wir doch feststellen wollen. Also kurzum dieses ganze Argument mit, wer hat angefangen? Ignoriert, dass man von einem Gegensatz von Souveränen redet, die in einem nicht versöhnlichen Konflikt sich befinden. Und zwar deswegen, weil sie selber jeweils die Reichweite und Geltung ihrer eigenen Machtansprüche selber gegeneinander definieren. Das Schöne ist, man kann diese Frage mit der Kriegsschuld auch andersrum beantworten. Ändert aber gar nichts. Der Spiegel hat kürzlich einen Artikel gebracht, in dem steht, der heutige, jetzige Ukraine-Krieg ist schon 2008 mit dem NATO-Gipfel unvermeidlich geworden, indem die Frau Merkel die Aufnahme der Ukraine in die NATO verweigert hat. Das ist auch ein schöner Gedanke, der übrigens wieder gar nicht exklusiv ist. Die Russen sagen, der Ukraine-Krieg ist jetzt nötig, weil wir den Vormarsch der NATO nicht viel früher gestoppt haben. Man muss sich mal vorstellen, das sind Argumente des Kalibers, der Krieg ist heute nötig, weil wir ihn gestern vermieden haben. In der Sache, ja, glatt als Selbstbezichtigung. Ja, wir waren früher zu nachgiebig, wir waren früher zu kompromissbereit. In der Sache ist es immerhin, also hebelt dieses ganze Gequatsche mit wer hat angefangen völlig aus. Denn jetzt kommt ja der Selbstvorwurf, wir haben den Krieg heute, weil wir ihn nicht angefangen haben rechtzeitig. In der Sache ist es das Bekenntnis, dass der Gegensatz der beiden staatlichen Souveräne offensichtlich schon eine lange Geschichte hat und die Interessen dieser, oder die vitalen Interessen dieser beiden Seiten, diese Lebensinteressen dieser beiden Staatsmächte sowieso unverträglich sind. Ja, dann könnte man doch auch mal der Frage nachgehen, warum sie sind. Aber eben, man bezichtigt, erstens die anderen, sie hätten angefangen und wenn man Lust hat, bezichtigt man sich. Man hat es versäumt anzufangen. Ja, ich erzähle das so dahin und kriege, ja, okay. Also mir hat es voll eingeleuchtet und ich melde mich jetzt nur, weil ich denke, da sind zwei Argumente drin, in dem Argument mit dem, da hat doch, wer hat denn angefangen? Ja, das war mal der Gedanke mit dem, da können wir eine Rückkehr in die Geschichte machen und wir finden immer den Punkt, wo wir angefangen haben, je nachdem, für wen wir sind. Können wir sagen, Ukraine oder die Russen. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht an dem Argument mit dem, das ist doch ein Kindergarten-Argument, was damit gemeint ist, ja. Also ich denke mir das so, wenn einer kommt und sagt, wie die Frau Baerbock, die Ukraine ist doch angegriffen worden, dann ist doch alles klar, wo gut und böse ist. Also man stellt sich das wirklich vor. Der böse Putin, Terrorist, Gewalttätigkeit und hinterher ist alles beantwortet. Und jede Gegenwehr der Ukraine, wo wir ja heute wissen, wir sind langsam in einem sechsstelligen Bereich von Toten, ist gut. Das ist die gute Antwort auf den bösen Angriff. Das ist doch auch so eine Seite von dieser ziemlich beschränkten Beurteilung, wer hat angegriffen, dass man das nimmt wie, das hat im luftleeren Raum stattgefunden. Einer ist grundlos böse geworden und der, der grundlos böse überfallen worden ist, wehrt sich einfach gut und das ist in Ordnung. Nie mehr kommt eine Frage auf, warum muss eigentlich die Ukraine 100.000 Menschen dafür opfern, dass in ihrem Osten, wo es auch russische sprachliche Bevölkerung etc. gibt, wieder ukrainischer Boden ist. Das interessiert die Frage nicht, weil einfach klar ist, man will das so betrachten, um diese legitimatorische Beurteilung zu machen. Und in dem Ganzen, das habe ich eben als zweiten Punkt, finde ich das da dran zu schlagen, dass die Sache, was ist da eigentlich unterwegs? Wer kämpft da eigentlich mit wem um was? In dieser ganzen Frage vom Angriffskrieg niemanden interessiert. Und das wäre doch das Mindeste, was man diesen, zu dem Argument, den solchen Argumentierenden sagen müssten. Hast du dir eigentlich mal angeguckt, für was die da kämpfen? Ja, das wird immer wieder, also es sind nicht so sehr viele Argumente, die in dem Zusammenhang fallen können, aber sie sind immer, sie kreisen immer wieder um den einen Punkt, da Staaten und die Menschen, die unter den Staaten leben, werden identifiziert. Und weil man es fürs Gleiche nimmt, ist dann auch das Bild, ja, die sind angegriffen worden, da müssen sie sich doch verteidigen. Einfach, ja, wird akzeptiert, wird für was Selbstverständliches genommen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also jetzt diese Frage, ja, warum müssen die Ukraine unbedingt die Krim besitzen? Ja, sogar die Frage zu stellen, ist in dem Meinungsklima in Deutschland so ungefähr schon, naja, das darf man schon eigentlich nicht. Diese Identifikation, die ist eigentlich das durchgängige, das durchgängige Gedankenmuster. Nehmen wir mal ein zweites Argument, jetzt haben wir also das Argument mit dem, wer hat angefangen, was ich erstmal meine, das ist das Fundamentalargument in der Parteinahme für den Krieg. Nehmen wir mal ein zweites Beispiel. Ruhig wieder alles zusammenwerfen, also die Ukrainer, an den Ukrainern wird es natürlich am liebsten gemacht, klar. Es wird einfach gesagt, ja, was hätten sie denn sonst tun sollen? Sollen sie sich den Überfall der Russen, sollen sie sich die Fremdherrschaft durch die Russen wohl gefallen lassen? Merkt man, sie, wer ist sie, ja? Da werden die Bürger der Ukraine als die Subjekte der Kriegführung besprochen. Sie, sollen sie sich die Fremdherrschaft gefallen lassen? Ja, soll man mal die Ukraine fragen, sollen sie sich die eigene Herrschaft gefallen lassen? Man merkt, der Unterschied, der scheint quasi für alles zu stehen. Das Leben unter einem, unter ukrainischen Oligarchen, das ist herrlich. Und russischen Oligarchen gehorchen müssen oder von russischen Oligarchen ausgebeutet werden, ist unerträglich. Diese Optik, die Menschen als die Subjekte des Krieges betrachten und zu meinen, bei denen läge eine rationelle Abwägung vor. Die Abwägung, die dann ja wirklich den Inhalt haben müsste, lieber sterben, als unter russischer Regierung leben. Man merkt, das hat es in Deutschland mal gegeben, lieber tot als rot. Also weiß ich, 50 Jahre zurück im Kalten Krieg oder so. Aber das haben, entweder haben es Verrückte gesagt oder welche gesagt, die das denunzieren wollten. Die denunzieren wollten, dass das so eine selbstverständliche Logik für sich hat. Lieber tot als rot. Jetzt in der Ukraine, was sollen sie denn sonst machen, als sich verteidigen? Wie gesagt, man tut so, man fragt fiktiv nach einer Alternative zu der Kriegführung und fragt, ob die Leute, was ihnen denn sonst bliebe. und der Hammer ist, denen bleibt nichts anders, aber nicht im Sinn dieser Frage, sondern im Sinn dessen, dass ihre Regierung ihnen schon sagt, was ansteht. Diese Identifikation von Mensch und Staat, die an der Stelle wieder stattfindet, was sollen sie, die Ukrainer, denn sonst tun? Lässt wieder den Menschen bloß als Repräsentanten von seinem Staat, aber den Staat auch unmittelbar als Repräsentanten des Lebens der Menschen gelten. Diese Totalidentifizierung wird da wieder gemacht. Würde man es ernst nehmen? Würde man es trennen? Würde man sagen, na gut, fragen wir diejenigen, die die Befehlshaber sind. Fragen wir Putin, fragen wir Zelensky, was hättet ihr denn sonst machen können? Merkt man, die Frage ist blöd, die wollen ja gar nichts anders. Die wissen sich ja nichts Wichtigeres, als die Souveränität ihrer Macht zu verteidigen. Und das tun sie mit aller Konsequenz. Damit ist die Frage für den normalen Ukrainer und den normalen Russen auch schon beantwortet. Denn die werden ja gar nicht gefragt, ob sie es ihr Leben wert finden, die Reichweite der Macht der Ukraine zu erhalten. Die werden ja abkommandiert. Also der Gedanke, was hätten sie denn sonst tun sollen? Im Sinn von, es gibt doch keine Alternative, als das Land zu verteidigen. Ist ja klar eine Wahrheit, aber aus einem ganz anderen Grund, als die Frage nahelegt. Die Wahrheit heißt, die müssen. Aber nicht, weil sie einen guten Grund haben, sondern weil sie nicht gefragt werden. Peter, sag doch noch mal, du hast vorhin mal gesagt, im Krieg gäbe es dann doch eine Einheit von Bürger und Staat. Ich habe das nicht ganz verstanden. Vielleicht erläutest du das nochmal. Also, dass die Einheit, dass diese Identität keine Wahrheit ist, davon war die ganze Zeit die Rede. Jetzt wird durch die Kriegssituation dadurch, dass die Menschen von ihren Staaten in die Konfrontation mit dem äußeren Feind manövriert werden, indem man eben keine Konzessionen macht, indem man eben sagt, ja, dann lassen wir es darauf ankommen und so weiter. Wenn sie in die Konfrontation mit dem anderen Staat manövriert werden, dann werden sie wirklich von den Waffen der anderen Seite bedroht. Dann ist ihr Leben wirklich bedroht durch die Kanonen der anderen Seite. Dann, dann, in der Situation ist dann wirklich der Erfolg der eigenen Truppen die beste Lebensversicherung, die es für die Leute dann noch gibt. Und das ist diese Scheinidentität, die scheinbare Identität, die sich durch die Kriegssituation herstellt. Und ich habe es vorhin noch am Soldaten selber zu erläutern versucht. Aber im Krieg ist es doch nie so, dass es, dass er dadurch geschützt ist. Es ist doch das Gegenteil. Das Gegenteil sind wir uns ja einig. Aber jetzt im Krieg hast du auch noch das, wenn die eigenen Truppen erfolgreich sind und den Feind 100 Kilometer oder 200 Kilometer weiter zurückdrängen, dann sind die Städte, die nicht mehr in seiner Reichweite sind, durch den Erfolg der eigenen Truppen relativ geschützt. Dieser, diese, dann hofft man auf den Sieg der eigenen Seite, damit eben nicht mehr geschossen wird, beziehungsweise damit der Krieg dann wenigstens woanders stattfindet. So habe ich das gemeint. Und so sieht es doch auch blöderweise jeder, der im Krieg steht. Und jeder Soldat ist genötigt, schneller zu schießen als der andere, um sein Leben zu retten. Sodass auch nach der Seite hin die Identität von meine Rolle als Soldat erfüllen und mein Leben retten. Die Identität ist in der Praxis traurigerweise da, obwohl sie eine vollkommene Unwahrheit in der Hauptsache ist. Davon war ja vorhin, also das wollte ich ja sowieso hauptsächlich sagen. Also so habe ich mir jetzt jedenfalls gedacht. Ja, aber da schützt er doch, da schützt er halt sein Leben, wenn er schneller schießt. Ja. Aber dann schützt er immer noch nicht den Staat in dessen Souveränität. Auch da ist es doch überhaupt keine Einheit. Doch. Er erfüllt genau seine Rolle als Soldat dadurch, dass er sein Leben zu retten versucht. Er ist genau das Gewaltwerkzeug seiner Regierung, in dem er schneller schießt und besser trifft als der andere, als die Gegenseite. Man kann ja sagen, dass es so rumsteht, aber die Gleichung nochmal rumdreht, da wird es dann fast schon wieder fragwürdig, wenn man sagt, also er schützt. Er schützt, mit dem der Soldat es ermöglichst gut kämpft, die Souveränität seines Staates verhilft dem zum Sieg und insofern ist sein Leben da identisch mit dem Erfolg des Oberbefehlshabers. Aber umdrehen wollen wir doch die Gleichung wieder nicht, weil doch da klar ist, die Kalkulationen des Oberbefehlshabers und was der vorhat, für die Souveränität seines Staates zu tun, da sind wir schon wieder ganz weg von der Identität, weil da ist völlig klar, da wird der als Kämpfer, auch wenn im Kampf dann nichts anderes übrig bleibt, um sich selber zu retten, ist doch sein Leben, seine Verwundung, die er am Ende hat, wenn er den überlebt, das Mittel, wo die Kommandogewalt, die über ihn steht, benutzt, um sich gegen das feindliche, staatliche Interesse durchzusetzen. Und es ist doch nie in Identität mit dem, der kämpfen muss. Ich glaube, man muss bei der Identität den Zynismus der gewaltsamen Herstellung der Identität betonen. Das wird ja auch die ganze Zeit gemacht. Dann ist es glatt so, dass der Antrag der Ukraine auf noch bessere Waffenlieferungen, die dann die russischen Frontstellungen zerstören, glatt so etwas wie einen Beitrag zum Schutz der eigenen Truppen. Aber das ist eben eine Identität, die der Staat mit dem Krieg, mit der Kriegssituation überhaupt herstellt. Das verstehe ich schon und finde es richtig. Ich wollte nur sagen, und die Umdrehung aber wieder, dass es der Schutz der Bevölkerung identisch damit ist, dass die Ukraine bessere Waffen kriegt. Das ist nach der anderen Seite auch eine totale Unwahrheit, weil jede Waffenlieferung dazu führt, dass sie einen längeren Krieg führen, dass sie ihre Soldaten einsetzen, dass Gegenangriffe auf die Zivilbevölkerung passieren. Ja, wenn sie siegend hätten am Ende, aber vorher müssen sie das ja noch durchkämpfen. Ich habe deine Friedrichung nicht verstanden, über was du genau redest. Es ging noch los mit dem Gedanken und im Krieg ist es zynischerweise oder ironischerweise dann so, dass das Einzelschicksal vom Kämpfenden aufgehoben ist im Erfolg von seinem Kriegsherrn, weil er für sich kämpft, um zu überleben und von der anderen Seite auch ins Visier genommen wird als kleiner, quasi kleiner Staatsagent und er für sich dagegen kämpfen muss und damit auch mit ihm gleichzeitig ja für die Armee kämpft, für deren Erfolg. Da geht es zusammen. Er wird verhaftet für seinen Staat und er kämpft dagegen und ihm bleibt auch nichts anders übrig. Ich wollte nur sagen, andersrum wieder zu sehen, weil doch hier jetzt gesagt worden ist und wenn dann die Ukraine Waffenlieferungen bekommt, ist es tatsächlich so, nach der einen Seite, das ist Schutz der Bevölkerung, weil je mehr Leoparden und Abwehrsysteme sie haben, desto erfolgreicher sind sie im Krieg gegen Putin und desto weniger werden sie vielleicht getroffen. Wollte ich nur den Zynismus von dem Gedanken, der da drin steckt, auch noch sagen, Das heißt doch, jede Waffenlieferung ist eine Fortsetzung des Kriegs. Einen Schritt weiter dazu, dass länger und mehr darum gekämpft wird, wem die östliche Ukraine gehört, einschließlich der Toten, die dabei anfallen auf Seite der russischen Soldaten, der ukrainischen Soldaten, der ukrainischen Zivilbevölkerung. Ich verstehe das mit dem einzelnen Soldaten nicht. Es gibt doch, der einzelne Soldat im Schützengraben, der hat doch jederzeit, der könnte doch auch jederzeit sagen, er schmeißt hin, er hat keine Lust drauf, den Gegner tot zu schießen. Also es gibt doch jede Menge Dessertenten, die dann sagen, sie laufen halt zur anderen Seite über, damit sie da ihre Ruhe haben. Also warum im Schützengraben, warum ist den Feind zu töten, schneller zu schießen, hast du gesagt, warum ist das die eigene Lebensversicherung? Komme ich nicht mit? Also die weiße Flagge schwenken und davonlaufen oder zum Gegner über, na gut, es gibt das Risiko, Sie dich von hinten. Ja, das Risiko, dass die auf Dessertenten schießen, ja okay. Okay, das ist mal das eine, als Deserteur mitten im Kampf, das ist okay. Und das andere, das ist ja ein interessanter Punkt, den du noch ansprichst. Eine Verwundung ist für manche die Lebensrettung. Ja, Menschen können sich doch auch schon von dem Staatsauftrag distanzieren, in dem sie da, in dessen Namen sie da hingeschickt worden sind, an die Front. Manche verletzen sich selber, damit sie verwundet sind, damit sie rauskommen. Da denken sie an sich und nicht an den Auftrag, das ist ja klar. Aber die normale Lage für den Soldaten im Krieg ist, er wird bedroht durch die Waffen des Feindes und er muss die Waffen des Feindes neutralisieren, um sich zu retten und damit erfüllt er zugleich den Auftrag, in dem er steht. So, und diese Identifikation, er ist das totale Instrument von seiner Regierung. Und das Instrument rettet sich, indem es seinen Auftrag erfüllt. Übrigens, manche retten sich ja auch nicht, indem sie den Auftrag erfüllen. Aber das Weithaltes Argument, so unwahr die Gleichung ist, dass die Verteidigung der Souveränität der Staatsmacht, die über die Bürger herrscht, identisch wäre mit der Verteidigung der Bürger ihres Lebens und ihrer Lebensumstände, so wenig das wahr ist. So furchtbar wird eine Identifikation erzwungen durch die Kriegssituation. Das war jetzt die ganze Story. Den Zwang verstehe ich ja bloß, dass man gar nicht entkommen könnte oder dass man da sozusagen dann die große Identifikation mitmachen muss, um im Schützengraben sein Leben zu retten. Also so ticken doch die Soldaten nicht, dass die die Reben retten wollen. Die sind doch als patriotische Kämpfer unterwegs. Weißt du, was wer im Schützengraben muss, ob der jetzt die Kalkulation anstellt, ich hau ab und vielleicht klappt, ob er sagt, ich laufe zum Gegner ab und hoffe, ich kriege da nicht einen Genickschuss ab. Oder er eben das wählt entweder deswegen, weil er so und so davon überzeugt ist. Oder aus dem, was man ja auch aus dem Kriegsfilm gut genug kennt, weil man halt versucht, als Soldat durchzukommen. Da überhaupt ja, jemand, ein Soldat, der hat sich da restlos mit identifiziert und sagt, ich sterbe hier für mein Vaterland und das ist in Ordnung so, der macht einen Fehler. Aber jetzt darum rum zu rechten, man könnte doch auch abhauen oder nicht, das sind alles Fragen, die sind einerseits mit Gewalt so und so entschieden und dann einfach Glückssachen. Ich muss eins sehen, wenn du mitten im Krieg sagst, jetzt willst du nicht mehr, ist es ein bisschen spät. Ja, an der Front vorne ist es ja spät. Ja, und im Hinterland ist es auch spät. Die werden rekrutiert und werden ja nicht danach gefragt. Selenskyj hat ja die ganzen Kreiswehrersatzamtsleute entlassen und verhaftet, die irgendwelchen gegen Geld ein Ausweg aus dem wie heißt das getraftet, wie heißt das rekrutiert zu werden. also die sich da freikaufen wollten und es freikaufen konnten, die sind alle verhaftet worden, weil sie natürlich Verbrecher sind am Kriegsziel. Also man merkt, das ist also sich entziehen, irgendwie entziehen, sich verstecken, ja da kann mancher manches probieren, aber was soll das, darüber brauchen wir jetzt nicht reden. In der Sache ist, wenn Erfolg so weit sich dafür hergibt, dass es zum Krieg bereit ist, dass es sich hinkommandieren lässt, dann ist es für jeden sehr gefährlich, sich dem dann in den Weg zu stellen. Jetzt war noch das Argument gerade mit dem Soldaten sind doch sowieso normalerweise patriotische Kämpfer und überzeugt von ihrer Sache. Ja, das wird schon so sein. Wichtig ist, erst mal dass das an der Sache, an der Rolle, die sie objektiv spielen, als Instrument der Macht, der sie gehorchen, nichts ändert. Das ist ein Fall und vielleicht einer der schlimmsten Fälle von falschem Bewusstsein, das wir zu bekämpfen bestrebt sind. Zugleich muss man ja zugeben, ohne ein bisschen Geist dabei, geht es auch beim Soldaten nicht. Er muss mit seinem ganzen Dasein, mit Leib und Seele, muss er sich hinstellen und für die Sache seines Staates kämpfen, weil er dorthin geschickt worden ist, das zu tun. Ohne gewisse Verhetztheit, ohne dass er sich ein Feindbild zulegt, das sagt, unter dem Feind leben ist unmöglich für mich. Ja, nie ein Knecht, ein Knecht, er ist ein freier Ukrainer, aber als Russe wäre er ein Knecht. Der Russe sieht es genau umgekehrt. Ohne so eine Übernahme eines Feindbilds bis hin dazu, da wird es ganz absurd, bis hin zu einem, und auch das ist nicht, das ist notwendig, bis hin zu einem tief empfundenen Hass gegenüber den anderen, den man nicht kennt, gegen den man persönlich nichts hat, der aber als Repräsentant der anderen Nation einen bedroht und halt der Feind jetzt ist. Auch ohne Hass geht es nicht. Das muss man wirklich sagen, das ist ja das Furchtbare, die Leute haben überhaupt kein Verhältnis zu dem anderen, aber hassen tun sie ihn, wegen seiner Nationalität. Und das Moment, weil Soldaten halt dann doch keine Kampfmaschinen, sondern Menschen sind, führt dann auch noch zu der überschießenden Grausamkeit, die für den Kriegszweck gar nicht mehr nötig ist, aber halt, weil es ein Mensch ist, der dann den hasst, der seinen Kameraden umgebracht hat. Und das, wie gesagt, auch gar nicht abgeht, ohne das. dann machen sie noch Grausamkeiten, die sie hinterher womöglich vor das Kriegsgericht bringen. Also die Brutalitäten, dieses Quälen, dieses Erschießen, wenn es gar nicht mehr, wenn der Feind schon eigentlich entwaffnet ist, alles das gehört dazu, weil der Mensch Kampfmaschine ist, sondern tatsächlich ein Individuum, das in seiner eigenen Existenz total bedroht ist durch die Situation und die Situation wird repräsentiert vom jeweiligen Feind und dem gegenüber stehen sie dann. Und nichts von dem, was ich vorher gesagt habe, wird dadurch unwahr, dass sie das auch noch mit eigener Psyche und eigener Überzeugung machen. Gerade die Emotion ist ja im Krieg so ein wichtiges Ding. Denkt mal, eins der besten Argumente für Parteilichkeit im Krieg ist überhaupt ein Argument, das ohne Worte auskommt. Das ist einfach das Vorzeigen von Opfern. Ja, unser Fernsehen bringt immer wieder eben Verletzte, Tode, ausgebummte Bewohner irgendwelcher Häuser und das sagt mehr als tausend Worte. Warum? Das Absurde ist, die Opfer, die im Krieg anfallen, werden nicht genommen als das, was ist, sind. die Opfer einer Auseinandersetzung zwischen Staaten. Dokumente eigentlich des Gegensatzes von Staat und Mensch. Dokumente dessen, dass hier ein Staat um seiner Selbstbehauptung willen, um der Verteidigung seiner Macht willen, seine Menschen tödlichen Gefahren aussitzt. Insofern sind die Opfer beider beider Seiten Beweise desselben, nämlich Beweise der Tödlichkeit des Gegensatzes von Souveränitäten für die Menschen, die unter ihnen leben. In der Kriegspropaganda, die wir im Fernsehen präsentiert kriegen, und die die natürlich erst recht präsentiert kriegen, haben die Opfer eine ganz andere Rolle. Sie beweisen nicht die Tödlichkeit des Gegensatzes von Staaten, sondern sie beweisen die Bösartigkeit des Feindes. Deswegen zeigt man auch gezielterweise immer die Opfer auf der eigenen Seite, die der Feind erzeugt hat, und die Opfer auf der eigenen Seite sind dann das Dokument, wie unmenschlich der Feind ist. Dass der es genauso machen kann, umgekehrt, ändert überhaupt nichts. Da werden, und das könnte einem jeden, der ein wenig denken mag, doch sofort auffallen, da werden die Opfer im Krieg zum guten Grund für den Krieg. Kann ja gar nicht sein. Die Gründe für den Krieg müssen ja dem Krieg schon vorausgegangen sein. Die Opfer, die im Krieg anfallen, die haben die Kriegsgründe liegen zurück. Im Krieg fallen die Opfer an, weil die Auseinandersetzung durchgeführt wird. Aber zu sagen, die Opfer zeigen, wie unmenschlich der Feind ist, wie sehr er also unsere Feindschaft verdient, tut so, wie werden die Opfer im Krieg der Grund für die Feindschaft wären. Stimmt aber nicht. Jetzt wieder mit der Geschichte mit Identifikation und Nicht-Identifikation von Mensch und souveränem Staat. Gerade an den Opfern ist es ein wunderbares Feld, diese Identifikation und Nicht-Identifikation durchzuziehen. Zeigt man Opfer kommt es nicht auf die Nationalität an. Natürlich zeigt man bloß die auf unserer Seite, also die auf der Seite, mit der wir sympathisieren. Aber da kommt es nicht auf die Nationalität an, sondern die Opfer sind bloß Menschen und damit zeigt der Feind, wie unmenschlich er ist. Kaum steht klar, der Feind steht gegen alles Menschliche, geht es wieder umgekehrt. Dann sind die Opfer Israelis oder Ukrainer. Dann ist der Staat herausgefordert, sich das nicht gefallen zu lassen. Und wenn er dann umgekehrt zurückschlägt, und seine Macht gegen den Feind durchsetzt, kriegt es wieder das Etikett, es sei nichts anders als die Verteidigung jüdischen oder ukrainischen Lebens. Diese Gleichung und Ungleichung von Mensch und Staat, als Opfer sind sie bloß Menschen und das zeigt den Feind als unmenschlich. Kaum ist es passiert, sind die Menschen Repräsentanten ihrer Nation. Die Nation ist herausgefordert und angegriffen, muss sich verteidigen. Das tut sie mit dem Einsatz des Lebens ihrer Leute. Und das gilt dann wieder als reines Verteidigen jüdischen oder ukrainischen Lebens. Es wird einfach gedreht, wie man es braucht, identifizieren und trennen, ganz nach dem nach der Leistung für den Beweiszweck, auf den man es anlegt. Die Opfer, die man selber auf der anderen Seite erzeugt, übrigens, da geht es anders, die Opfer, die der Feind auf der eigenen Seite erzeugt, zeugt von seiner Unmenschlichkeit. Die Opfer, die man selber auf der anderen Seite erzeugt, Zeugen von der Bösartigkeit des Feindes. Auch schon wieder. Also, ich wollte jetzt über den Gaza-Krieg nicht reden, aber Netanjahu sagt, alle Opfer, die in Gaza anfallen, und das sind natürlich Opfer israelischer Bomber, israelischer Panzer, die da rumschießen, all die Opfer gehen aufs Konto der Hamas. Opfer sind das allerschönste Beweismittel für den Krieg, den man führt. Deswegen, ich weiß nicht, ob es jedem so geht, wenn das im Fernsehen immer kommt, man muss sich wirklich an der Stelle wappnen gegen Emotion. Die Manipulation, die mit Opfern passiert, hat so etwas Unwidersprechliches. Schau die armen Kinder an, tote Babys. Und das sagt einem dann alles. Das sagt einem überhaupt nichts. Natürlich fallen im Krieg Opfer an. Und wenn man gegen Krieg nichts hat, dann soll man sich auch nicht wundern, dass Opfer anfallen. Aber im Krieg Opfer für irgendetwas zu halten, dem man irgendetwas entnehmen kann, ist man schon voll reingerasselt in jetzt bin ich auf einer Seite und jetzt möchte ich gleich selber mit den Krieg ziehen. Na gut, ich habe bloß noch ein weiteres Feld, ein weiteres Beispiel für das parteiliche Argumentieren über Kriegsfragen und das wieder an dem Kernscharnier der heutigen Überlegungen, nämlich der vollkommen verkehrten Identifikation von Mensch und Staat im Krieg. Dass diese Identifikation keine Wahrheit ist, ist in der bürgerlichen Welt und in der Welt der kriegführenden Staaten nämlich überhaupt kein Geheimnis. Das ist allen gut bekannt, dass das nicht stimmt. Man weiß es, aber immer nur beim Feind. Der eigene Staat, der verteidigt im Krieg seine Menschen. Der fremde Staat kriegt dieses quasi Freispruch, dieses Gütesiegel nicht zuerkannt. Beim Fremdenstaat stellt sich schon die Frage, ob die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und ob der Krieg überhaupt der Volksbedürfnis ist. Nehmen wir wieder die Ukraine. Da wird konsequent darauf bestanden, der Krieg in der Ukraine, der Krieg der Ukraine den sie führt, ist im Sinn ihrer Menschen und ist eine Verteidigung ukrainischen Lebens. Bei den Russen wird das Gütesiegel der Krieg ist ein Volksbedürfnis. Der Krieg wird geführt im Interesse der russischen Menschen. Dem wird es nicht zuerkannt. dort ist es ja was ist da der Krieg da ist der Krieg die die Aktion eines eines größenwahnsinnigen Herrschers. Der von dem weiß man, dass er ganz zynisch sein Volk verheizt oder seine jungen Männer verheizt. Die selben Menschen an den Fronten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, sind im Fall der Ukraine. Da werden diese Soldaten, die hinbeordert worden sind, die eben ins Gefängnis gesteckt werden, wenn sie abhauen, die gezwungen sind, diesen Krieg zu führen, werden im Fall der Ukraine als Subjekte des Krieges angesprochen. Sie verteidigen sich, sie verteidigen ihre Heimat und wenn sie dabei sterben, dann sind sie nicht Opfer vom Selensky, sondern dann bringen sie ein Opfer für ihr Volk und seine Zukunft. Genau dieselben armseligen Typen auf der anderen Seite sind Kanonenfutter. Jeder weiß, dass die russischen Soldaten Kanonenfutter sind. Sie sind genau dasselbe wie die ukrainischen Soldaten. Die verteidigen kein respektables Wir. Die sind nicht im Auftrag ihres Volkes unterwegs, sondern bloß im Auftrag von Putin. Die sind missbrauchte Menschen, für die Großmannssucht von einem Typen, der in dem Fall dann auch Herrscher genannt wird. Aber man merkt, die Trennung und die Identifikation im Fall der Ukraine sind die Instrumente, die menschlichen Instrumente der staatlichen Selbstbehauptung werden wie identisch mit dem Staat gedacht. Sie sind Helden. Sie sind diejenigen, die die große Sache der Ukraine zu ihrer Sache machen. Dieselben Typen auf der anderen Seite sind Kanonenfutter, sind genau subjektlose, missbrauchte, arme Menschen, die unter einem Herrscher leiden, der sie an die Front kommandiert hat. Also die Trennung von Staat und Mensch, die Entgegensetzung, die Instrumentalisierung der Menschen für den Staat, alles das wird durchschaut, aber konsequent nur beim Gegner. So, also das war jetzt die zweite Seite mit der Souveränität, die Objektivität und die Weise, wie sie betrachtet wird. Das sind, jetzt habe ich wirklich mit dem Argument, wer hat denn angefangen, mit dem Argument, was sollen sie denn sonst tun, als sich verteidigen, mit der Beweiskraft der Opfer im Krieg, und jetzt am Schluss quasi wie die Gegenprobe und wenn man auf den Feind blickt, sieht man alles, wie es wirklich ist. Die gängigen Weisen, die jedenfalls mir geläufigen gängigen Weisen, wie über den Krieg nachgedacht wird, abgehandelt. Ich bin soweit fertig. Ja. Ich wollte zu deinem letzten Argument noch was sagen, weil da hast du jetzt nochmal klar gemacht, dieser Blickwinkel, die eigenen Opfer, das sind alles Beweise der guten Sache und die Opfer auf der anderen Seite verdanken sich der Bösartigkeit des Gegners. Und und am Anfang vom Vortrag hast du letztlich die Monströsität auf den Punkt gebracht, die genau hinter dieser parteilichen Rechtfertigung steckt. Also das kann man gut zusammenschließen auf auf ihrer Seite anfallen beim durchfechten Helden und gute Opfer. Das ist doch genau das, Standpunkt, dass die Staatsgewalt, weil sie das Gewaltmonopol hat, mit keinem anderen Grund definiert, wie weit die Reichweite ihrer Macht gehen muss und dann den Krieg auf die Tagesordnung setzt. Auf der Seite der Ukraine, auf der Seite der Russen. Und aus dem Blickwinkel raus, von beiden Staatsgewalten die Rechtfertigung und Legitimation doch voll fertig ist. Weil sie es auf die Tagesordnung gesetzt haben, ihren Krieg und ihren Kriegszweck ist er in Ordnung. Und insofern sind auch alle Opfer, die sie dafür einspielen, damit ihr Zweck durchgesetzt wird, gut und helden. Und alle anderen sind böse und schlecht. Ja, das ist, man merkt halt diese, wenn Staaten auf Krieg gehen, dann wird unbedingt die Parteilichkeit verlangt und dann ist eben die Notwendigkeit, die der Staat für seinen Waffengang sieht, ist dann quasi Volksbedürfnis und darauf wird bestanden und dasselbe beim Gegner wird nicht anerkannt. Dort soll es kein Volksbedürfnis sein. Gut, das war jetzt die Überlegung bis dahin. Vielleicht noch ein allerletzter Punkt, man dürft bloß nicht glauben, dass es in Deutschland grundsätzlich anders wäre. Wir haben jetzt halt über kriegführende Nationen geredet, in denen alles das so auf dem Tisch liegt. Aber erst mal ist es die Normalität jedes Staates, dass er sich bewaffnete Kräfte hält, weil er seine Handlungsfreiheit immer gegen die Ansprüche anderer Staaten also anderer gewaltbewährter Souveräne zu verteidigen hat und in der Welt auch bloß so viel gilt, wie er das hinkriegt. Die Unterwerfung der Menschen unter die Souveränität und die Souveränitätsbedürfnisse des Staates gilt im Prinzip für alle Staaten. Und gerade heute ist ja Deutschland, bemühen sich ja die Verantwortlichen in Deutschland aufzuräumen mit dem, mit der Illusion, das könnte hier irgendwie anders sein. So, wenn der Verteidigungsminister sagt, wir müssen endlich kriegsfähig werden, dann der Nächste gleich kommt und sagt, stimmt, dann brauchen wir aber auch wieder Erwerbpflicht, merkt man, dann ist die Wehrpflicht, da ist schon sehr klar, da wird der Generation einfach eingezogen. Ja, das haben sie jetzt 20 Jahre lang nicht gebraucht, weil sie quasi bloß Expeditionskriege geführt haben, kleinere, in Mali, in ich weiß nicht wo, Afghanistan natürlich hauptsächlich. ewig lang. Gut, da haben sie die Massen nicht für gebraucht, aber wenn der Krieg näher rückt, dann brauchen sie die Massen und dann ist auch die Frage, ob man sich da freiwillig meldet oder von der Freiwilligkeit wird die Verteidigungsfähigkeit des Landes nicht abhängig gemacht. Und die ganze Öffentlichkeit applaudiert und sagt, endlich sagt es mal einer, endlich hört, endlich hört das Wischiwaschi in diesen Fragen auf. Also kurzum, auch für dieses Land gilt, der Mensch ist für den Staat da und nicht umgekehrt. Könntest du jetzt auch nochmal ausführen, wie sich das verhalten würde, wenn jetzt souveräne und Gewaltmonopole sich voneinander abhängig machen und ihre Verteidigung auch voneinander abhängig machen, wie das jetzt in der NATO der Fall ist? Ist dieser Widerspruch von den Argumenten, die du jetzt heute aufgeführt hast, wenn der Verteidigungsfall von der NATO zum Beispiel eintritt? Weil dann könnte man ja sagen, dass wenn an der NATO Außengrenze ein Souverän in seiner Machtausübung eingeschränkt wird, was interessiert es dann die anderen Souveränen? Ich hoffe, das wurde klar. Ja, also erst mal gibt es natürlich die NATO und überhaupt Militärbündnisse. Deswegen, weil Staaten gegen andere als Gewaltsubjekte sich behaupten. Weil ein Staat dabei natürlich auf seine Mittel schauen muss. ist auch klar, dass es einen Grund für Bündnisse gibt. Man möchte sich andere Souveräne praktisch dienstbar machen für die eigene Machtbehauptung, indem man welche sucht, die auch einen dritten Staat als ihren Feind ansehen wie man selber. Sondern dann gibt es Bündnisse im Krieg. Hitler hat Bündnisse geschlossen. Das gehört einfach zum Imperialismus dazu, dass gerade wenn man sich mit einem großen Feind anlegt, dann kann der Staat das nicht alleine und dann braucht er andere und dann findet er sie oder sucht sie. Gemeinsam bedroht man den, der außen steht und den man als das Hindernis der eigenen Machtentfaltung identifiziert hat. Warschauer Pakt war sowas, NATO ist sowas. Jetzt kommt die nähere Frage von dir. Wie ist jetzt das? Hat dann NATO Randgebiet naja eben Rumänien, Polen, die Russen greifen das an oder jetzt die baltischen Staaten sind ja immerzu die Fälle an denen das ventiliert wird, die Frage. Was geht uns, was geht uns das an? Erstens, natürlich gibt es die Frage dann sofort. Was geht uns das an? Im Zweiten, vor dem Zweiten Weltkrieg hat es in Frankreich, wie Deutschland auf Polen losging, dieses Argument gegeben, für dann sich sterben, Fragezeichen. Naja, und das Fragezeichen ist natürlich gemacht worden, weil welche gesagt haben, das ist doch für uns kein Grund, in den Krieg einzutreten, obwohl wir natürlich vorher mit Polen irgendeinem Pakt geschlossen haben, dass man das tun würde. Insofern gibt es die Frage. Drittens, jetzt nicht mal die NATO. Die NATO ist, ja, vielleicht noch ein Zwischenglied. In der NATO ist es so, dass jetzt sofort heißt, wir haben gemeinsame Werte. Also die Frage, wie wichtig ist uns eigentlich Estland? wird überwuchert von der Frage, das sind Staaten mit gleichen Werten und als solche sind wir verbündet und dann auch zum Beistand verpflichtet. Die Werte haben jetzt halt den Charakter, sie stehen für die von Amerika Geschaffene, von den wichtigen Ami-Verbündeten, eben an aller Deutschland, England, Frankreich, mitgetragenen Weltordnung und sie sehen den und diese Staaten sehen die Selbstbehauptung Russlands, meinetwegen die Machtausweitung Russlands als Angriff auf die unwidersprechliche Gewaltdrohung, die sie für den ganzen Rest der Welt sind. Wenn die Russen damit durchkommen, wenn Russland damit Erfolg hat und insofern verteidigen sie dann schon was, nämlich ihren Imperialismus, ihr Macht über den Rest der Welt, dann muss ihnen Estland für sich gar nicht wichtig sein, dann ist es der Fall, an dem sich erfolgreicher Widerstand gegen die Weltordnung des Westens bewährt oder an dem der Versuch des Widerstands scheitert und dafür macht man dann seine wie heißt es Paragraf 5 oder Paragraf 7 Garantien 5 7 5 also wisst schon im NATO Vertrag steht so eine Klausel wenn ein Angriff auf einen Staat ist Angriff auf alle Staaten ok reicht es also gern wenn es noch mehr gibt was auch jetzt meinetwegen es darf dann irgendwann ich habe jetzt mein Programm durchgezogen es darf auch weggehen vom engen Thema aber wenn es was gibt wenn es nichts gibt muss man es auch nicht hin ziehen also dann ziehen wir es eben nicht hin